Was ist dir über das Thema Behandlung? Wie leben Menschen mit einer Behandlung? Wie machen sie Sport und Musik? Wie lehren sie an der Schule? Kann AirClass so froh beantworten und eine treuende Kraft für die Inklusion geben? Dann meldet sie um Handyquiz an, für zu lehren und zu entdecken. AirClass kann auch von zehn flotten Preisen gewinnen, die von unseren Partnern auf Freude geben. Den Handyquiz findet vom 17. Oktober bis den 18. November auf eurer Internetzeit statt. Mit der Hilfe von Hinweisen und Lehrpersonal feiern Schülerinnen und Schüler ihre eigene Recherche durch, für alle Wochen von den Frauen zu beantworten. Sie werden auch Challenges in Form von Texten, Fotos oder Videos realisieren. Zum Aufschluss der Veranstaltung gehen alle Gewinnerklassen und Preisverrägungen an. Angelegenheit, bei der Schülerinnen und Schüler verschiedene Assoziationen für Leute mit einer Behinderung beginnen können, feiern und erzählen, was sie gelernt haben. Für sich und zu melden, an alle Informationen zum Handyquiz zu finden, geht's eher auf den Internetsit www.info-handicap.lu.com 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 www.info-handicap.lu.com